Moin mal Seacrauts Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem Seacrauts Kanal und willkommen zurück zu dieser Flaschenpost, die wir euch ja immer zu einem Freitag hier präsentieren, wo ihr nochmal zum Wochenende alle Informationen aufbereitet bekommt bzw. dann auch erfahrt, was an diesem Wochenende für besondere Aktionen in World of Warships oder rund um World of Warships hier so stattfinden. In der Flaschenpost wollen wir uns um die Julio Cesare kümmern, um die Furious, die Azuma, King of the Seas und um die Wochenend-Highlights. Gehen wir doch gleich mal von oben an durch. Zuerst geht es um die Julio Cesare. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gelesen. Die Julio Cesare wird nicht aptiert sozusagen, also von T5 auf T6 verschoben und sie wird auch nicht auf T4 verschoben, sondern sie bleibt einfach so, wie sie jetzt ist. Viele von euch haben sich dafür ausgesprochen, dass die Julio Cesare unbedingt so bleiben sollte und dass sie doch sehr enttäuscht wären, wenn ein gekauftes Premium-Schiff jetzt verändert werden würde. Und Wargaming hat dann doch auf die lauten Aufschreie aus der Community gehört und halt gesagt, alles klar, wir werden hier nicht weiter dran rumbasteln oder gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass das Schiff mehr gebalanced ist, sondern wir werden es jetzt so belassen, da auch viele Spieler eben sagen, auf die perfekte Balance kommt es gar nicht drauf an, sondern es ist eben so, dass das auch was Besonderes sein soll. Hauptsache man weiß, wie man diese Schiffe vernünftig bekämpfen kann und dass das dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen kundgetan wird. Das wird ja durch die Community doch recht intensiv getan. Und dann geht es schon weiter, denn die Julio Cesare könnte demnächst auch aus der Standardkaufmöglichkeit verschwinden. Hintergrund ist ganz einfach, weil die Julio Cesare halt relativ stark ist und man eben auch dafür sorgen möchte, dass davon nicht zu viele Schiffe rumfahren, gibt es eben Maßnahmen, zum Beispiel, wie wir es jetzt tun, stoppen wir den Direktvertrieb und beschränken ihren Vertrieb auf ganz besondere Anlässe, sodass ihre Präsenz in Kämpfen minimal ist. Das heißt, dass die Julio Cesare einfach ein bisschen seltener werden soll. Wir kriegen immer wieder neue Spieler dazu, die diese Schiffe dann halt nicht mehr bekommen können oder nur noch sehr, 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 sehr schwer bekommen können. Also von der Sache her ist das natürlich nochmal ein Tool. Wenn ihr sie nicht schon habt, müsst ihr mal gucken, vielleicht ist sie noch im Store zu bekommen, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video guckt. Ich weiß gerade gar nicht ganz genau, ob sie überhaupt jetzt gerade noch aktiv im Store zu kaufen war. Auf jeden Fall wird es seltener werden, das ist mal sicher. Gut, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Ich klicke hier nochmal zurück. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, in Hurtz, seinem Blog hier, wirsinken.de, da gibt es einen ausführlichen Artikel über die Unberührbaren, da geht es nicht nur um die Julio Cesare, sondern allgemein Premium-Schiffe und die Erwartung der Community an Premium-Schiffe und die Einschätzung von Wargaming sozusagen, dass man zum Beispiel bei Wargaming gar nicht gesagt hat, dass Premium-Schiffe niemals verändert werden. Das ist eigentlich nur das, was sozusagen die Community so ein bisschen erwartet, wenn man dafür Geld ausgibt, dass dann ein Gegenstand auch nicht mehr verändert wird, also durch einen Software-Update zum Beispiel. Es geht einfach darum, ich finde, der Artikel, den sollte man sich auf jeden Fall durchlesen, wenn man da so ein bisschen mitreden möchte, der ist wieder sehr gut geschrieben, wie viele Artikel von ihm und von seiner Seite. So, dann geht es weiter und wir kommen zum nächsten Punkt, die Furious und die Azuma. Muss ich mir gerade hier mal durchklicken. Hier bin ich, genau. Also, die haben wir eben gerade erst noch für euch übersetzt und zwar auch vom World of Warships Development Blog. Und zwar wird die Furious, der T6-Träger der Briten verändert und die endgültige Flak-Konfiguration der Azuma wurde bekannt gegeben. Bei der Furious gibt es so ein bisschen Buff und Nerf kombiniert, kann man meinen. Und zwar werden zum Beispiel Bomber verändert. Und zwar fliegt jetzt nicht nur ein Bomber an, sondern jetzt wird die Sache auf zwei erhöht. Und die Wiederherstellungszeit, also so schnell wie neue Flugzeuge verfügbar sind, wird reduziert. Also, ihr kriegt schneller wieder Flugzeuge, wenn sie dann abgeschossen wurden. Nämlich von 142 Sekunden runter auf 96 Sekunden. Dafür wird die Ziel-Ellipse um 22 Prozent vergrößert. Ihr habt ja jetzt auch zwei Bomber. Das heißt, ihr deckt auch eine größere Fläche ab, aber die wird halt nur um 22 Prozent vergrößert. Muss man mal gucken, wie das dann nachher in der Praxis aussehen wird. Auch bei den besten Bombern, also bei den, man kriegt ja so, man hat eine Standardbomber und dann gibt es eben die bessere Version auf dem Träger. Ja, die werden sich auch verändern. Auch da werden es zwei Flugzeuge werden. Da wird die Ziel-Ellipse sogar um 30 Prozent erhöht. Und dann gibt es noch die besseren Torpedo-Bomber. Da werden die Torpedos an sich nämlich genervt. Also die Brandbomber, diese Flächenbomber der Monks, die da stattfinden, die sind jetzt verbessert worden, weil ihr einfach mehr Flugzeuge habt und damit automatisch auch mehr Bomben abwerft. Aber eben die Torpedos wurden halt gesenkt. Damit wird der Schwerpunkt so ein bisschen weiter verschoben. Nämlich vom Torpedo-Bereich in Richtung Bomber-Bereich. Und ja, ihr kriegt nämlich jetzt die Standard-Serien-Torpedos sozusagen. Also das, was vorher die Serien-Bomber als Torpedos hatten, kommt jetzt auch auf die erforschtbaren Top-Torpedo-Bomber rauf sozusagen. Hier steht jetzt nicht, dass die Standard-Serien-Bomber da einen schlechteren Torpedo bekommen. Ich vermute aber, dass das so sein wird, dass die Torpedos eben nicht auf beiden Bombern gleich sind. Vermute ich jetzt mal. Kann natürlich auch sein. Wir wissen es nicht genau. Aber ja, das werden wir dann auch ebenfalls sehen. Die Wassereinbruchs-Wahrscheinlichkeit der Torpedos wird gesenkt von 51 auf 45%. Und man kann natürlich aufgrund der Geschwader-Geschichte jetzt nicht mehr vier Angriffe starten, sondern nur noch zwei. Man hat jetzt dafür auch zwei Bomber pro Angriff. Macht das auf jeden Fall auch sinnvoll, weil so lange hat man sich in der Regel nicht mit diesen Bombern in der Luft gehalten, sodass man alle Angriffe durchfliegen konnte. In der Regel gibt es ja inzwischen schon diese Sache, dass man nach dem Starten vom Flugzeugträger erstmal gleich ein Torpedo abwirft, damit ein Teil der Flugzeuge schon zurückfliegt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man mit allen Flugzeugen wieder zurückkommt, ja doch sehr unwahrscheinlich ist. Und so safet man immer wieder zwei Flugzeuge, die dann schon wieder parat stehen, wenn man den nächsten Angriff macht. So, dann geht es weiter. Es ist eben, damit soll eigentlich so ein bisschen die ganze Geschichte so angepasst werden. Also der Torpedoschaden war wohl zu hoch. Hier steht was von höheren Wirkungsgrad. Und damit soll sich halt ein bisschen mehr auf die Stärken der Standardbomber sozusagen konzentriert werden, was eben die Besonderheit der britischen Flugzeugträger ist. Und der nächste Punkt sind dann die Flugabwehrmöglichkeiten der Azuma, nämlich mit dem Update 081, wo und die für den Supertest überarbeitet, sodass es eine Kurzstreckenverteidigung gibt und eine Langstreckenverteidigung. Es gibt keine Mittelstreckenverteidigung, die wird hier nicht erwähnt. Es geht hier von 100 Meter bis 1,9 Kilometer und die Langstreckenverteidigung von 1,9 auf 5,8 Kilometer. Und ja, man kann hier schon ein paar Schäden sehen. Also der Schaden mit 519 Durchschnittsschaden pro Sekunde ist gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in der Kurzstrecke gibt es keine Explosionen. Die gibt es immer nur in der Mittel- und Langstrecke. Und die Langstrecke hat nur acht Explosionen zu bieten. Das ist nicht viel, weil in anderen Schiffen hat man eben, ich sag mal, acht Explosionen auf der Langstrecke und dann nochmal zehn Explosionen auf der Mittelstrecke. Ja, das heißt in Summe 18, die einem da irgendwo als Zickzack-Parcours in der Luft aufgebaut werden. Bei der Azuma ist das dann einfacher, sie zu umfliegen oder zu beschädigen, weil acht Salven, ehrlich gesagt, sind das nicht so super viele. Zumindest habe ich jetzt nicht gerade das Gefühl. Muss man dann sicherlich auch in der Praxis sehen, aber ist eben, naja, eine spannende Geschichte. Wir haben hier dann den kontinuierlichen Schaden von 260 Damage-Punkten. Und ja, der Explosionsschaden ist relativ hoch mit 1470 Punkten, was ja ganz ordentlich ist. Und da muss man halt auch immer noch sehen, dass man ja das alles noch skillen kann, verbessern kann und so weiter. Dann steigt der Schaden dementsprechend. Und ja, das ist das, was man dazu sagen kann, zu den beiden Super-Test-Informationen, Jules Cesare, Furious und Azuma. Und jetzt kommen wir dann zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist nämlich King of the Seas, neues Wochenende, neuer Stream. Und wir haben hier den 16. und 17. für euch schon mal rausgesucht. Und zwar ab 15 Uhr jeweils. Ihr seht hier, wo ihr auf Englisch gucken könnt, das sind jeweils die Twitch-Kanäle, die hier aufgelistet sind. Und es gibt auch einen deutschen Streamer, nämlich PSC905, der euch die ganze Geschichte auf Deutsch anbietet. Ich werde euch diesen Link hier wieder unten in die Beschreibung setzen, sodass ihr relativ schnell auf diese Seite kommt und euren Streamer dann hier auswählen könnt. Wenn ihr den auf Deutsch gucken möchtet, sind auf jeden Fall interessante Gruppenspiele, die da jetzt anstehen. Und vielleicht habt ihr ja Bock, euch vielleicht nebenbei, glaube ich, Twitch-Loot gibt es immer noch. Das wird ja gar nicht mehr groß beworben. Also von daher kann man sich ja nebenbei diese Sachen einfach mal reinziehen. Das ist jetzt die achte Saison. Also geht auch da weiter. Wenn ihr hier auf Zeitplan klickt, dann bekommt ihr genau die Information, wann welche Clans gegeneinander spielen. Und ja, ich wünsche euch dabei viel Spaß, viel Erfolg, wenn ihr selber spielt. Und ja, gute Unterhaltung, wenn ihr eben zuschaut. Und wir kommen dann jetzt schon zum Abschlusspunkt dieser Flaschenpost, nämlich die Wochenend-Highlights. Und da wollen wir ganz oben mal anfangen. Es gibt diese Sondergeplänke. Ich habe euch das in der letzten Flaschenpost am Mittwoch schon erzählt. Diesmal geht es nicht nur um Öl, sondern ihr könnt einen Luftversorgungscontainer bekommen. Und ihr könnt eben die St.Pretics-Lackierung bekommen. Die ersten drei Sterne, die ihr euch selber erfahrt, jeweils bringen euch drei Lackierungen. Das heißt, ihr müsst drei Sterne sammeln und ihr bekommt für jeden Stern jeweils eine Lackierung. Und wenn euer Clan gesamt zehn Sterne gesammelt hat, dann bekommt jedes Mitglied aus dem Clan noch einen Luftversorgungscontainer on top. Und dazu natürlich, so wie immer, pro zehn verdiente Sterne gibt es Öl. Es gibt durch die Vorbereitungsphase schon Öl on top. Und es gibt halt auch für eine Niederlage, respektive für einen Sieg oder für einen Unentschieden, on top nochmal Öl. Also, das ist nur so ein kleiner Bonus extra. Ich finde den eigentlich ganz nett. So kann man noch ein paar Florins verdienen. Und vielleicht habt ihr ja Glück und bekommt aus dem dann auch noch einen besonderen Bonusauftrag. Oder wie auch immer. Das ist das, was am Wochenende besonders ist. Dann gibt es natürlich den Exeter-Auftrag. Der ist hier unten irgendwo. Genau, hier ist Abschnitt drei. Ihr müsst 100.000 Schaden an gängerischen Schiffen machen, indem ihr sie in Brand setzt. Und zwar mit britischen Kreuzern, Zerstörern oder Schlachtschiffen der Tierstufe 6 bis 8. Also da würde ich jetzt zum Beispiel die Duke of York oder King George V. empfehlen. Die brennt ganz gut, wenn ihr Schlachtschiffe fahren wollt. Ihr könnt natürlich auch Zerstörer oder... Bei Kreuzern wird es interessanter. Bleibt ja dann eigentlich nur die Belfast, die HE hat. Oder eben britische Zerstörer. Die zündeln eigentlich auch ganz gut. 100.000 Schaden durch Brände. Ja, ich glaube, das geht mit Schlachtschiffen noch am einfachsten. In Teil 2 müsst ihr 20 Bänder Torpedotreffer verdienen. Auch da Kreuzer und Schlachtschiffe der Tierstufe 6 bis 8. Ja, keine Zerstörer. Also ihr müsst das mit Kreuzern machen. Und dann geht es in Teil 3. Beliebig vielen Gefechten. 1.000 Treffer bei an gängerischen Schiffen erzielen. Auch das mit Kreuzern, Zerstörern, Schlachtschiffe T6 bis T8. Und wie gesagt, vieles ist hier auch bei Koop. Oder nicht nur vieles, sondern alles ist in Koop möglich. Gewertet ist möglich. Zufallsgefechte sind möglich. Und in Teil 4 müsst ihr 15 Schiffe versenken. Und das könnt ihr auch wieder mit Kreuzern, Zerstörern und Schlachtschiffen T6 bis T8 machen. Und wenn ihr die Kampfaufträge einmal vollständig habt, dann gibt es eben nochmal 1.000 Kohle dazu. So, das ist dann die dritte Auftragsreihe auf dem Weg zur Exeter, die ja auch ein ganz netter Dampfer ist. Den haben wir euch auch vorgestellt. Also wenn ihr schon mal wissen wollt, was euch erwartet, dann könnt ihr da gerne bei uns auf dem Kanal schon mal vorbeischauen. In den Schiffsvorstellungen im Trockendock. Da haben wir zuletzt sogar die Exeter für euch vorgestellt. Dann gibt es noch ein paar Angebote. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, nur damit ihr darüber informiert seid. Es gibt aktuell die Massachusetts ein bisschen reduziert. Einmal im Admiralspaket und einmal im Standardpaket sozusagen. Für 38 Euro ist das Standardpaket doch ein angenehmes Angebot. Also wenn man darüber eh nachgedacht hat, dann könnte man eventuell jetzt zuschlagen, wenn man denn möchte. Und dann gibt es noch diese Stratix-Lackierung, die einen ganz netten Bonus haben. Hier Kapitäns-EP und Standard-EP, die gefechtig ist um 100% erhöht. Und dann natürlich die Standardwerte, Erkennbarkeit und die Streuung der Granaten dann angepasst. Ja, muss jeder für sich wissen, ob er dann, wie gesagt, Geld für World of Warships ausgeben möchte oder nicht. Und ja, das ist, wie gesagt, dient der reinen Information. Das war es, was am Wochenende ganz besonders ist an diesem Wochenende, was euch World of Warships bietet. Ich hoffe, ihr habt jetzt wieder ein paar nette Informationen gesammelt. Alles nochmal kurz kompakt hier in knapp 13 Minuten aufbereitet bekommen. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Kommt gut durch und wir sehen uns dann am Samstagabend. 20 Uhr ist wieder der Standard-Livestream bei Sea Crowds bei uns hier auf dem Kanal. Also, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Dann können wir uns ein bisschen über die Veränderungen im World of Warships unterhalten. Wir können zusammen ein bisschen uns betteln oder zusammenfahren in der Divi und einfach ein bisschen Spaß haben. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis dem nächsten Mal hier auf unserem Kanal. Ciao, ciao. Euer Seacourts-Team. Euer Maraja. Seacourts. ...